Das ist das Haus, das Häuser baut. Häuser, in denen Eltern auf Zeit wohnen können. Ganz nah bei ihren schwer kranken Kindern im Spital. Denn ihre Nähe spendet Trost und hilft heilen. Das Haus, das Häuser baut, steht an den Kassen bei McDonalds. Spenden Sie Trost und Hilfe mit Ihrem Wechselgeld. Ronald McDonald Kinderhilfe. Nähe hilft heilen.